Wir bleiben jetzt im entferntesten Sinne bei Kratzern, nicht etwa bei denen am Fahrrad, für die ist ja Marvin zuständig, sondern für kleine Kratzer am eigenen Körper, mit denen man oder aufgrund der man nicht unbedingt nicht gleich zum Arzt rennt, sondern einfach ein Pflaster draufklebt und fertig. Was aber tun, wenn die Wunde nicht verheilt, sondern im Gegenteil immer schlimmer wird? Dann ab in die Wundsprechstunde, denn für solche Fälle hat die Asklepios Klinik Nord ein Wundzentrum gegründet. Erst entdeckte Olaf Stibbe nur eine kleine offene Stelle am Bein. Doch statt abzuheilen, wurde die Wunde immer größer, bis fast der ganze Unterschenkel übersät war. Jetzt kommt der 71-Jährige regelmäßig ins Wundzentrum Heidberg. Hier fühle er sich gut aufgehoben. Also ich werde gut verbunden. Es wird so gemerkt, dass ich auch keine Schmerzen habe und fühle mich also rundum wohl im Grunde genommen. Professorin Carolin Tonus und Dr. Gero Neupath kümmern sich um den Patienten. Die Wunde wird sorgfältig gesäubert, mit einer Heilsalbe behandelt und danach wieder frisch verbunden. Die Ärzte kümmern sich nicht nur um die rein medizinische Versorgung, sondern auch um den Gemütszustand ihrer Patienten. Da gehört auch mal ein Scherz dazu. Gerade die chronischen Wundpatienten kommen oftmals verzweifelt und hoffnungsarm zu uns. Dann gilt es erstmal auf der persönlichen Ebene überhaupt, deren Herz zu gewinnen und ihnen wieder das Licht am Ende des Horizonts aufzuweisen. Da gehört auch mal ein Witz hin dazu, hat er ja auch erzählt. Und der Blickkontakt und auch mal das in den Arm nehmen oder über den Fußballverein shakern. Und das macht natürlich, das bildet den fruchtbaren Nährboden für eine gute und lange, auch über lange Monate zusammenarbeitet. Anfang Februar wurde das Wundzentrum in der Asklepios-Klinik Nord an der Tanksteder Landstraße eröffnet. Ein vierköpfiges Team behandelt hier ausschließlich Patienten mit chronischen Wunden. Eine chronische Wunde beschreibt ja, dass die Wunde über vier Wochen hinweg besteht, trotz Behandlung, ohne Abheilungstendenz. Und hier untersuchen wir die Patienten, legen fest, ob eben noch weitere Untersuchungstechniken erforderlich sind, Bildgebung, eventuell auch eine Operation. In bestimmten Zeitabständen werden Fotos gemacht. Daran können die Ärzte sehen, wie sich eine Wunde entwickelt hat und die entsprechende Therapie anordnen. Doch vorher heißt es erstmal Ursachenforschung. Am Anfang steht erstmal das Ermitteln, was ist überhaupt die Ursache für die Wunde. Und dann bietet dieses große Krankenhaus eben eine reiche Facette an Experten, die sich um den Patienten und um das Erkrankungsbild scharen. Und das letztendlich, wir kommen zum Patienten. Und wir gehen übrigens auch, wir haben ihn erst stationär, nehmen ihn dann in die ambulante Betreuung und vermitteln auch diesen Übergang. Auch das ist mir ganz wichtig, dass der Patient sich nicht verloren vorkommt, wenn wir ihn entlassen. Hinter chronischen Wunden stecken oft ernsthafte Erkrankungen wie Diabetes, Gefäßentzündungen oder Tumore. Wer eine Wunde hat, die einfach nicht abheilt, sollte sich also durchchecken lassen. Der Rat und Tipp für Patienten mit chronischen Wunden ist, dass man, wenn man bemerkt, dass eine Wunde eben über die vier Wochen hinaus besteht, trotz Therapie, dass man sich eben in ein Wundzentrum zum Beispiel begibt oder eben Rat beim Hausarzt erfragt, wann und wen man sich wenden kann, um die Ursachen eben abzuklären. Dass man auch selbst nicht versucht, die Wunde lange mit Hausmittelchen irgendwie zu behandeln, sondern sich eben auch in professionelle Hände begibt. Dafür bietet die Klinik montags und freitags eine offene Wundsprechstunde an. Dort finden Patienten wie Olaf Stibbe ärztlichen Rat und medizinische Hilfe.